Musik Herzlich Willkommen bei diesem hoffentlich schön bleibenden Wetter beim doofen Schweiger. Musik 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 Ich liebe ohne Hörte Lieder Und habe hier ein Rendezvous Ich gehe höchstens mit den Eltern Ein Stück spazieren ab und zu Mein Vater sagt, so muss das bleiben Und dafür schenkte er mir Konfett Doch neulich platzte mir der Kade Weil mir Konfett nun mal nicht schmeckt Ich will keine Schokolade Ich will lieber einen Mann Ich will einen, der mich küssen Und um den Finger wicken kann 1950 betrug das monatliche Einkommen Durchschnittlich 265 Mark 25 1960 betrug das durchschnittliche Monatliche Einkommen Bereits 444 Mark Und was kostete das damalige Leben? Für eine Flache Milch bezahlte man 34 Pfennige Für eine Flache 448 Pfennige Ein einfaches Brötchen 5 Pfennige Für ein doppeltes Brötchen 10 Pfennige Übrigens, die Kilowattstunde kostete 8 Pfennige Und eine Tageszeitung 10 bis 15 Pfennige Die meisten Familien waren so organisiert, dass der Mann arbeiten ging und als Alleinverdiener Geld nach Hause brachte Die Frau war für den Haushalt zuständig Das bisschen Haushalt macht sich von allein Sagt mein Mann Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein Sagt mein Mann Wie eine Frau sich überhaupt beklagen kann Ist unbegreiflich Sagt mein Mann Dass ich auf Knie in meinem Schöpfer danken kann Wie gut ich's habe Sagt mein Mann Die Frauenmode hat der echte Hingucker zu bieten Punkte in jeder Größe und Kontrastbreite Formen Dazu breite Röcke und Petticoot Aber auch ganz schmale, badenlange Fleischtitzrücke Richten das Bild einer modernen Frau Die Frauenmode Die Frauenmode Die Frauenmode Die Frauenmode Dünne Das ist die Töne, die Gäste, die Gäste, die Gäste, die Gäste. Das ist die Töne, die Gäste, die Gäste. Und das sind die Souvenirs, die man überall erhält. Das ist die Töne, die Gäste. Das ist die Töne, die Gäste, die Gäste, die Gäste. Das ist die Töne, die Gäste, 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 die Zuhause mit der Familie, den Freunden und den Nachbarn ansehen. Meine verehrten Damen und Herren, mit dem folgenden Titel Seinweiler möchten wir uns von Ihnen verabschieden. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und es ist uns gelungen, Sie in die Jahre der 50er und 60er zu entführen. Wir wollen Sie begeistern für eine Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs, der vielen Erfindungen, der schicken Mode und der tollen Musik. Die Frauen der Sportgruppe Grünweiß-Schweiger-Zeiten, verabschieden sich vor dem Jahr. Wir wünschen Ihnen heute noch einen schönen Tag und morgen noch einen schönen Tag zum Dorf in Schweigersee. Die Frauen der Sportgruppe Grünweiß-Schweiger Die Frauen der Sportgruppe Grünweiß-Schweiger-Zeiten, verabschieden sich vor dem Jahr. Die Frauen der Sportgruppe Grünweiß-Schweiger-Zeiten, verabschieden sich vor dem Jahr. Die Frauen der Sportgruppe Grünweiß-Schweiger-Zeiten, verabschieden sich vor da Prosehen. Die Frauen dem Schweiger-Zeiten, verabschieden sich vor dem Jahr. Die Frauen der Bürger vehement die 계 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020